Wir fahren jetzt auf Duggen. Das ist das letzte Dorf im Kanton Schweiz, das angrenzt nach dem Kanton St. Gallen ist. Und auch das letzte Dorf am oberen Ende des Obersees. Duggen liegt nicht direkt am See, es wird noch trennt durch den Buchberg, was aber auch sehr schön ist, um spazieren, wandern, es hat einen weiteren Parcours. Duggen kennt man übrigens aus zwei verschiedenen Gründe. Das eine ist der erste Liga-Fussballklub, FC Duggen. Oder aber Duggen ist auch sehr bekannt vom Schlüssel. Das Restaurant Schlüssel ist bekannt für seine Poulet im Körbli.